in die analen des bushcraft einführen um bei den wortspielen zu bleiben voll gegen den ast gelaufen alter und man hat es auch noch auf kamera muss sich wohl schneiden yes wir wandern heute wieder richtig geplante tour von 22 kilometern heute ja sonst bin ich alleine moin moin mein erstes mal du sagst es luca ist dabei und luca hat heute mit uns sein erstes mal jedenfalls läuft es gut bisher wir haben jetzt fünfe und halb kilometer ungefähr ja wir wollen heute nicht die ganzen 22 kilometer machen sondern unterwegs bisschen kraften und das ist der plan so Musik Musik Das ist jetzt so ein erster Test, wir mussten improvisieren, weil der gute Anfänger weiß nicht, dass man Tree Straps braucht. Ich bin Bush Crafter. Ich baue mir einen Shelter. Wenn ich jetzt falle, breche ich mir das Gemisch. Hey. Schwebst du? Ich schwebe. Zeig, was mich hält. Bushcraft. Wunderbar. Ja gut, weiter im Programm. Weiter im Programm. Musik Ich beschaue. Drei Sphärbeste Loser ist. Drei Sphärbeste Drei Sphärbeste Drei Sphärbeste Drei Sphärbeste man sieht gar nichts man sieht kaum was aber es gibt noch eine kleine führung bei mir kennt ihr ja eigentlich alles aber beim Luca gehen wir jetzt mal gucken Isomatte drin Schlafsack drin und das Tarp irgendwie nur so halb befestigt das hier ist noch ziemlich krass diese Konstruktion ich hoffe du überlebst das guten Morgen es ist sieben Uhr noch nicht gebadet heute der Ausstieg aus dem Wald gestaltet sich heute ein bisschen schwieriger ich lebe ja Luca die Frage geht an dich wie war die erste Nacht sehr schön kurz und bündig trocken leicht feucht viel Geknirsche aber doch alles in allem ruhig ich will es wieder machen ich kann es ja schneiden ich lasse nur die guten Waffen drin hier sind irgendwelche Menschen drin das ist aber nicht lost das hat ein Schloss drauf lost wäre anders aber das nix kein wasser kein Wasser haben die bestimmt abgestellt die Schweine da die Tür abgeschlossen da das wasser abgestellt der ist gar nicht angeschlossen und dass das hier die Post sein soll glaube ich auch nicht will ich mir auch nicht so ganz sicher sieht für mich auch lost aus ne gar nicht da sind Stühle drin wird gesoffen? Jagdkunde Jagdkundebücher Der Rucksack macht das Ja Aber der Rucksack macht das echt schweres Ja Ja Aber ja Ich kann es nicht mehr überlegen. Was ist das? Na, gerade aus dem Wald raus, völlig fertig, Wanderung war insgesamt 22 Kilometer und alles gut und positiv verlaufen. Ab in die Dusche. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt erste Amtshandlung. Ja, ich bin so fertig, ich kann nicht mal mehr bis vier zählen, aber das war Nacht vierzehn. Ja, ich bin so fertig, 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 Vielen Dank.